Jo Leute, was geht? Wir sind hier heute auf einem Berg an einem Secret Spot und den werden wir jetzt gleich mal fahren. Heute natürlich wieder mit dabei, NoHandMTB. Let's go! Hi! Suchst du Leute zum Biken? Dann komm auf den MTB Germany Discord. Klick auf den Link in der Videobeschreibung, akzeptier die Regeln, wähl deine Region aus und fertig. Da fährt der Shred Nation mit Vollgas. So geisteskrank bin ich nicht. Scheiße. Mein Name ist Lukas Knopp und ich will euch heute den Waffen erklären. Aua! Mann, so eine Scheiße! Mann, so eine Scheiße! Mann! 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 Alter! Ohohoh Oh shit, here we go again It's a roadway, not a footway What do you want to do? It's a footway and a roadway Spinner, man Die gehen auch klar zum geppen Die mach ich auch Nicht ganz, ne? Nicht ganz, bisschen gecased Hast du echt da runtergefahren mit dem Fahrrad? Ja, in die andere Reihen Oh du ey Hätte ich aber Angst Aber man gewöhnt sich dran Kann ich? Ja Ja Vor nem Jahr oder so hab ich mich die nicht so schnell getraut Und ich hätte mich never getraut sie zu geppen Und jetzt mach ich das einfach weiß Das hätte ich auch geschafft Hat Spaß gemacht, aber Mit geppen wird heute nicht Da fehlt ziemlich viel, oder? Ein bisschen, ja Ich mach's nochmal ordentlich Aber weißt du was? Mein Sattel ist oben Deswegen geht das nicht Philipp ist frei Das ist interessant, wenn man lange nicht hier war Und man kann jetzt mehr Und dann sieht man das so anders Scheiße Nö Nö Du hast mich gekorbt Jetzt geb ich dir keine Faust Hä? Ich wollte dir vorhin Faust geben Du hast nicht gemacht Das ist jetzt die Rache dafür Ich ja Ich bitte Ich Schraube Ich hoffe Untertitelung des ZDF, 2020